So, wir schauen mal ganz kurz, es gibt auch noch was Wichtiges, nochmal ein neues Tipps-Video für euch und zwar zum Thema Looten. Wenn ihr lootet im Spiel, braucht ihr deutlich länger, als wenn ihr lootet im Inventarmenü. Also wenn ich sage im Spiel, dann meine ich, wenn ihr das Inventarmenü geschlossen habt. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Ihr könnt viel schneller im Inventarmenü looten, indem ihr einfach die Items rüberzieht, als wenn ihr das im Spiel macht, wenn ihr auf die Items schaut und dann F oder E drückt, um diese Items aufzunehmen. Wichtig, wenn ihr im Spiel die Items aufnehmt, dann wird für jedes Item, das ihr aufnehmt, wird eine neue Aufnahmeanimation gestartet. Und ihr müsst immer warten, bis die Aufnahmeanimation vollständig abgelaufen ist, wohingegen, ihr seht im Hintergrund mein Avatar, wohingegen, wenn ihr im Inventarmenü lootet, dann könnt ihr diese Animation unterbrechen. Ihr seht es jetzt gleich, seht ihr, ich bücke mich immer, also ich muss nicht warten, bis diese Bückanimation vollständig abgelaufen ist, sondern ich kann einfach direkt alles, was auf dem Boden liegt, rüberziehen. Wichtig auch, wenn ihr eure Waffen voll equipt ablegt, dann werden, also ihr könnt, wenn ihr die Waffen direkt ablegt, ohne euer Equipment abzubauen, dann wird auch alles Equipment, was an der Waffe dran ist, mit abgelegt. Also es bleibt letzten Endes an der Waffe dran. Ich bin nicht sicher, ob das schon immer so war. Ich glaube, das ist jetzt neu im Update 30.1, dass alle Anbauteile bei den Waffen mit dranbleiben. Wäre mir zumindest in den alten Versionen nicht aufgefallen, dass das so war. Das ist jetzt was Neues. Seht ihr das? Alle Anbauteile bleiben dran. Sonderbare Sache. Das ist wichtig, wenn ihr eurem Buddy beispielsweise eine Waffe geben wollt, dann macht die Anbauteile, die ihr vorher haben möchtet, auf jeden Fall ab, sonst sind die alle weg. Gut, was gibt es noch dazu zu sagen? Achso, noch ein weiterer Punkt, wieso Looten im Inventar meiner Meinung nach viel besser ist, als direkt im Spiel. Nicht nur, weil es schneller ist, sondern weil ihr auch viel genauer auswählen könnt, was ihr lootet. Wenn ihr zum Beispiel am Boden eine Waffe liegen habt, neben einer Granate, ihr wollt Granate nehmen, ihr nehmt aber versehentlich die Waffe, dann habt ihr eine Waffe aufgenommen, die ohne Munition bei euch im Inventar ist. Vielleicht habt ihr noch nicht mal die richtige Munition für die Waffe und vielleicht ist es eine Fernkampfwaffe, aber ihr werdet gerade von einem Typen gepusht, der zwei Meter von euch entfernt um der Ecke steht. Das bedeutet, dadurch, dass ihr die Waffe aufgenommen habt, obwohl ihr eigentlich beispielsweise eine Granate oder einen Medipack hättet aufnehmen wollen, habt ihr eigentlich das Match verloren, weil der Typ euch pusht und ihr habt eine Waffe ohne Munition in der Hand. Das bedeutet, auch hier immer Inventar looten, legt euch den Inventar-Button irgendwo hin, wo er sofort rankommt, weil ihr werdet das Inventar öfter brauchen, als ihr denkt. Ihr braucht das Inventar ständig. Deswegen auf jeden Fall wichtig, nutzt das Inventar zum Looten, ihr könnt schneller looten, ihr könnt genauer looten und ihr wisst einfach generell besser, was abgeht. Wenn ihr einfach im Vorbeilaufen, nice, wenn ihr im Vorbeilaufen, jetzt hat mich der Typ da abgelenkt, wenn ihr im Vorbeilaufen einfach mal eine Granate mitnehmen wollt und es kein Risiko gibt, dass ihr da versehentlich dann, keine Ahnung, eine Tommy-Gun aus Versehen aufnehmt, die ihr eure und dafür eure voll ausgerüstete Mark 12 wegschmeißt, dann ist es kein Problem. Aber generell empfehle ich immer, die Granate war übrigens nicht schlecht, die ich gerade geworfen habe, empfehle ich euch immer im Inventar zu looten, weil ihr auch diese Aufnahme-Animation wie gesagt abbrechen könnt. So, jetzt rede ich auch nochmal ein bisschen über Arcade. Wir sind ja schon mitten im Arcade gemetzelt drin. Autsch, die Granate hat wehgetan. Arcade ist genial, um Waffen zu trainieren, die schwer zu kontrollieren sind. Perfektes Beispiel ist die Barrel. Wenn ihr mit einer Umb beispielsweise Arcade spielt, dann habt ihr einen relativ geringen Rückstoß oder auch die MP5 spielt. Deswegen spielt Waffen, mit denen ihr nicht zurechtkommt im Arcade, dann werdet ihr in diesen Waffen schnell besser. Gewöhnt euch dran, dass ihr oft bei Arcade ins Gras beißt. Es ist unausweichlich, es ist nicht zu vermeiden. Macht die Lautstärke, dreht die Lautstärke runter, sodass es für euch angenehmer ist. Ihr habt da nicht, die Granate war nicht schlecht, dann habt ihr nicht diesen extremen Lautstärkepegel, den es bei PUBG immer gibt, wenn die Waffen abgefeuert werden. Die Waffen sind in dem Spiel ultra laut. Beispielsweise kriegt er das auch in den Griff, indem er einen Sound-Log installiert. Dazu mache ich aber nochmal ein gesondertes Video-Sound-Log. Limitiert quasi die maximale Lautstärke von jedem Programm, das auf dem Rechner läuft. Und sorgt dafür, dass ihr Schritte gut noch hören könnt, aber wenn ihr anfängt zu schießen, euch die Ohren nicht wegfliegen. Dreht generell den Sound runter, wenn ihr Arcade spielt, damit ihr euch nicht permanent die Ohren wegfliegen und ihr auch kein Tinnitus bekommt. Und ihr könnt gerne auch, wenn es euch zum Entspannen hilft, gerne auch noch beispielsweise Granate. Nice. Ihr könnt gerne dann auch beispielsweise noch einen Podcast anmachen oder so, dann spielt ihr das Arcade in Anführungsstrichen nebenher und übt einfach ein bisschen. Spielt gerne oft Arcades, stellt euch das alles so ein, dass es euch Spaß macht. Gewöhnt euch dran, dass ihr insbesondere am Anfang wahrscheinlich sehr häufig gekillt werdet. Macht euch mit den Karten vertraut. Die sind, es gibt glaube ich sechs, sieben unterschiedliche Karten, es sind aber eigentlich letzten Endes immer die gleichen und die sind auch relativ klein. Deswegen, die kann man sich relativ schnell einprägen. Und gewöhnt euch an die Tatsache, dass ihr wirklich von hinten oft einfach über den Haufen geballert werdet. Das ist egal. Arcade ist eigentlich so eine Art Counter-Strike, aber für PUBG, ihr könnt einfach, ohne dass ihr jedes Mal wieder zurück in die Lobby müsst, schnell viele Gegner sehen und euren Spielstil schnell stark verbessern. Ihr könnt auch schnell rum experimentieren mit allen möglichen Waffen. Ihr könnt im Arcade, habt ihr immer alle Scopes, die an die Waffe passen, die ihr gerade ausgerüstet habt, im Inventar. Das bedeutet, ich könnte jetzt jederzeit auf den Zweierscope, auf den Sechsterscope umschalten. Ich bin ein Schopf. Oh, ich liebe Arcade. Ja, sowas ist gefährlich. Wenn die wissen, dass du da bist, dann ist die Chance, dass du beim zweiten Mal eine Granate abkriegst, natürlich relativ groß. Genau, was gibt's noch zu sagen? Schaut, dass hinter euch keiner ist. Irgendwann kriegt ihr ein Gefühl dafür. Boah, ich bin letzter. Zwischen diesen Rädern könnt ihr euch gut verstecken. Die sind eigentlich schlechter, schaut selten mal einer rein. Sieben Kills, sieben Deaths, aber ich bin auch relativ spät in den Server mit dazugekommen. Ich glaube, ich habe nicht bei null gestartet. Das ist auch immer so, ihr werdet quasi beim Arcade in den Server einfach reingeschmissen, wenn das Spiel schon läuft. Das bedeutet, eure Platzierung macht, da drauf zu schauen, macht eigentlich nur Sinn, wenn ihr wirklich von Anfang an in der Runde auch dabei wart. Am Ende des Tages ist die Platzierung aber ziemlich wurscht, denn ihr kriegt die Punkte für Kills und Assists und deswegen ist es eigentlich wurscht, ob ihr nur die letzten zwei Minuten mitspielt oder von Anfang an. Okay, ihr braucht auf jeden Fall auch diese Peak-Funktion, die solltet ihr auf jeden Fall euch an... Oh, überall gegen... Links, der Typ hat mich gekillt. Die Peak-Funktion auf jeden Fall verwenden, denn diese Peak-Funktion sorgt dafür, dass euer gesamter Körper nicht exponiert ist gegenüber dem Gegner. Deswegen nutzt die Peak-Funktion auf jeden Fall, insbesondere im Arcade. Gewöhnt euch die generell an, sorgt dafür, dass die beim Keypad irgendwo liegt, sodass er da schnell rankommt. Macht euch, wie gesagt, auch mit den Karten vertraut. Meistens. Es gibt, glaube ich, sieben verschiedene Karten, das geht relativ schnell, bis man die alle auswendig hat. Was auch wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel versucht zu snipen, ihr habt aber keine Sniper-Waffe, ihr habt jetzt beispielsweise die Barrel, ja, und der Gegner ist auf der anderen Seite der Karte. Hängt dann die Barrel, der Saxer-Scope dran und stellt die auf Einzelfeuer um, dann habt ihr eine Sniper-Rifle. Die ist zwar nicht genauso gut wie jetzt beispielsweise eine Dragunov auf die Distanz, aber ihr könnt trotzdem mit einer Barrel, sagen wir mal auf 150 Meter schon durchaus, im Single-Tap-Modus recht gut snipen. Noch ein Wort zum Thema Single-Tap-Modus. Single-Tap-Modus ist, wenn ihr Einzelschüsse machen wollt, viel besser als, also ihr stellt die Waffe dann auf Einzelschuss um. Das ist viel besser, als wenn ihr einfach nur Single-Tap, obwohl die Waffe auf Dauerfeuer eingestellt ist. Warum? Wenn die Waffe auf Dauerfeuer eingestellt ist, dann reduziert sich eure Treffgenauigkeit, weil der Algorithmus natürlich die Waffenstreuung dann berechnet im Spiel. Jede Waffe streut unterschiedlich stark, die Barrel streut stärker als beispielsweise die UMP und wenn ihr nicht auf Einzelfeuer umstellt, dann wird der Algorithmus das Zielkreuz nicht immer wieder auf die Ausgangsposition zurücksetzen, sondern auf die Position, wo das Zielkreuz landen würde, wenn ihr Dauerfeuer schießen würdet. Das bedeutet, wenn ihr im Einzelfeuer-Modus schießt, dann geht das Zielkreuz, wenn ihr lang genug wartet, immer wieder an den Punkt zurück, wo ihr abgedrückt habt. Das bedeutet, die Waffe ist generell wesentlich präziser, wenn ihr im Einzelfeuer Single-Tap macht, als wenn ihr im Dauerfeuer Single-Tap macht. Berücksichtigt das, wenn ihr die Zeit habt, auf Einzelfeuer umzuschalten, wenn ihr wisst, der Gegner ist weit weg, den habe ich gesehen, nice, rechts gerade noch einmal, dann macht es auf jeden Fall, dann stellt die Waffe auf Einzelfeuer um. Beim Zuschauen sehe ich auch wieder mehr Gegner, als wenn ich selbst spiele, das ist lustig. Fällt mir jetzt erst auf. Zwei Gegner gespottet, die ich während dem Spielen gar nicht gesehen hatte. Granate, ouch, ouch. Und wie gesagt, spielt die Waffen, die euch schwerfallen, weil damit könnt ihr insbesondere die Waffen natürlich dann auch stark verbessern und irgendwann kommt ihr dann vielleicht mit der Barrel mal so gut zurecht, wie ihr vorher mit der M416 zurechtgekommen seid. Also das rentiert sich auf jeden Fall, um diese Berührungsängste mit den Waffen abzubauen. Ich renne auch immer zwischen diesen Containern hin und her, weil ich mit der Barrel auf Nahkampf sehr viel Schaden in kurzer Zeit machen kann. Und zwischen den Containern sehe ich die Gegner erst, wenn sie sehr nah bei mir sind. Aber die Gegner sehen mich halt auch erst, wenn ich nah bei ihnen bin. Und das führt dazu, die Granate, jetzt sterbe ich gleich. Ah, doch nicht, da ist der Typ. Das bedeutet, abhängig davon, welche Waffe ihr spielt, könnt ihr euch in Bereichen der Karte aufhalten, für die die Waffe, die ihr spielt, besonders gut geeignet ist. Die Barrel ist als Nahkampfwaffe sehr gut, deswegen sorgt dafür, dass ihr immer in irgendwelchen Ecken rumlungert, die besonders unübersichtlich sind, weil dann sind die Gegner nah bei euch, wenn sie euch sehen und dann kriegt ihr sie auf jeden Fall schnell weggemetzelt. Wohingegen, wenn ihr auf große Distanzen schauen könnt, dann ist eine Sniper besser, beziehungsweise wenn ihr eine Sniper spielt, dann legt euch irgendwo hin, wo ihr viel Übersicht habt, dann habt ihr die Möglichkeit, die Gegner mit den Stärken eurer Waffe auszuschalten. Wenn einer eine SMG hat, dann hat er eigentlich das Feuergefecht schon gewonnen, wenn ihr mit einer Dragunov über ein weites Feld den Gegner schon sehen könnt. Wohingegen hier, wie gesagt, alles relativ unübersichtlich, chaotisch, da ist die Barrel eine gute Sache, weil die einfach auf Nahkampf wirklich sogar besser ist als die Orc, die macht einfach alles auf kurze Distanz platt. Wie ihr es sehr schön sehen könnt hier. Genau. Die Crates loote ich eigentlich gar nicht. Ja, aber wir haben uns hochgearbeitet, ne? Von, äh, vom letzten Platz auf Platz 16 und das, obwohl wir, äh, auf den zweiten Platz mit 16 Kills und das, obwohl wir relativ spät in das Match gestartet sind. Das mache ich immer am Anfang vielleicht mal ein, zwei Runden Arcade und dann ins normale Match rein, weil damit man einfach warm wird, ja, mit dem Spiel. Ich zeige euch mal die zweite Karte, die finde ich auch, äh, ganz interessant. Das ist diese Gräserkarte. Bei der Hügelkarte würde ich euch empfehlen, bleibt ein bisschen am Rand. Ich spiele, versuche generell so zu spielen, dass ich außerhalb der Bereiche bin, wo die meisten reinrennen. Alle rennen natürlich bei der Hügelkarte in die Mitte, ähm, auf diesen Gipfel. Das würde ich nicht machen, das ist gefährlich, weil ihr da sehr exponiert seid. Ähm, jeder, der irgendwo im Gras liegt, kann euch da einfach wegknipsen. Ich mache es bei der Karte immer so, dass ich versuche, außenrum zu laufen und, ähm, und die wegzusnacken. Also ich versuche einfach, ähm, sehr viel zu flankieren hier in der Karte. Ihr habt auch gesehen, ich habe alle gemutet, weil ich einfach keine Lust habe, dass irgendwelche Typen, ähm, mir da irgendwelche interessanten Dinge erzählen. Ähm, ähm, mutet die Typen einfach, das, äh, nimmt nur von euch, das nimmt nur Fokus und, äh, meistens erzählen die euch auch nichts signifikant Wichtiges. Wichtig ist allerdings, dass ihr die Gegner markieren könnt. Also diesen Markerknopf, den solltet ihr auf jeden Fall irgendwo haben, wo ihr einen Griff bereit habt, damit ihr die Gegner, selbst wenn ihr jetzt nicht draufschießen könnt, damit ihr zumindest eure Freunde, ähm, eure Team-Members darauf hinweisen könnt, dass da irgendwo noch ein Gegner rumrennt. Ihr seht, ähm, wo ich hinschaue, dieser orangene Kreis ist mein Eye-Tracker, da könnt ihr sehen, wo ich hinschaue. Ähm, ich schaue immer in Bereiche, von denen ich ausgehe, dass Gegner kommen werden. Ähm, ähm, der Fokus muss immer auf die Stellen gelegt werden, wo ihr Gegner erwartet. Und es hängt natürlich auch stark davon ab, wo hört ihr die Gegner. Macht's, wie gesagt, Sound, dreht den Sound runter. Es ist sonst vielleicht zu laut. Arcade ist ohnehin sehr laut, deswegen Sound, äh, Sound-Lautstärke auf ein angenehmes Maß runterdrehen. Ich hab zwei Sound-Profile, eins fürs normale Battle Royale und eins fürs Arcade. Und das Arcade ist deutlich leiser, ich glaub nur 30% von der Lautstärke, wie beim normalen Battle Royale, weil ich Steppen nicht so, auf Steppen nicht so angewiesen bin. Äh, ich will einfach nur, dass mir nicht ständig die Ohren wegfliegen und ich irgendwann mal einen Tinnitus bekomme. Und deswegen, ähm, mach ich das Arcade deutlich leiser. Und ihr seht, ich scanne die ganze Zeit die Konturen, wo sich Gegner verstecken können. Das ist das Wichtigste. Und ich schaue auch natürlich dahin, wo ich Geräusche höre, insbesondere Schüsse. Wenn ich Schüsse höre und da ist ein Gegner, äh, oder ein Buddy von mir, dann ist, äh, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mein Buddy geschossen hat, dann kann ich den Bereich ignorieren. Wenn ich allerdings Schüsse höre und nicht sehe, dass da ein Buddy von mir ist, dann kann ich eigentlich den Gegner sehr genau pinpointen und den dann auch gegebenenfalls pushen. Lol, wie ich den nicht gesehen habe. Schaut auch auf die Marker von den Gegnern. Meistens markieren die, ähm, eure Team-Members auch. Dann könnt ihr da schön, jetzt, dann könnt ihr auch schauen, ähm, dann, dann hilft euch das sehr viel beim Spielen. Ah, den habe ich zu spät gesehen. Zweiter. Relativ schnell auf Platz 2 vorgearbeitet. Aber unser Team wird verlieren. Also ihr seht, 26 zu 36. Also, selbst wenn ich relativ gut spiele, hilft's nix. Weil, ähm, die anderen einfach anscheinend entweder ein, zwei Cheater im Team haben oder einfach generell besser sind als wir. Ist auch immer so ein... Nice, da läuft die Entfernung mit der Barrel nicht schlecht. Da könnt ihr auch übrigens, wie gesagt, gut rumprobieren. Ein bisschen mit den Anbauteilen für die Waffen. Schaut einfach mal, welche Waffe da, oder welche Anbauteile, ja, für euch am besten sind. Ich finde diesen Griff, den ich da jetzt gerade dran hatte, dieser rote Griff, weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, ähm, der ist eigentlich für Dauerfeuerwaffen wirklich der beste Griff. Den würde ich, ähm, den würde ich euch empfehlen. Für DMRs und Sniper ist der leichte Griff ganz gut, oder der Vertical Foregrip. Aber wenn ihr Dauerfeuer sprayen möchtet mit Waffen, die einen hohen Rückstoß haben, dann ist dieser rote Griff, äh, wirklich der beste. Erster geworden, nicht schlecht. Aber ich glaube, das lag daran, dass derjenige, der ursprünglich Erster war, rausgegangen ist aus dem Server. Ich war immer Platz 2, oder? Vorhin. Egal. Jetzt bin ich jedenfalls Platz 1. Genau. Also ihr seht, ich gehe nie, ich pushe nie da hoch, sondern ich versuche immer irgendwo am Rand zu flankieren, weil wenn er so Rambo-mäßig in die Mitte reinrennt, dann, ja, wird es schwierig. Schaut, dass ihr immer irgendwie eine Deckung habt, immer in der Nähe von der Deckung seid, dann habt ihr die Möglichkeit, schnell in die Deckung zu verschwinden, wenn es anfängt, auf euch zu schießen. Wenn ihr einen Kill macht, kriegt er dafür Boost, äh, Boost-Leiste, also was von dieser, äh, von dieser gelben Leiste lädt sich auf. Und, ähm, damit könnt ihr dann auch Lebensenergie recovern. Also das bedeutet, wenn ein Gegner killt, dann, und der hat euch fast ganz getötet, dann kriegt ihr Lebensenergie aufgeladen. Dasselbe gilt für Assists. Das bedeutet, es ist nicht so, dass ihr dann permanent nur noch mit zwei Health rumlaufen müsst, wenn ihr mal ein paar Schüsse abbekommen habt, sondern wenn ihr einen Kill gemacht habt, dann lädt sich über das Boost, über die Boost-Leiste eure Lebensenergie auch wieder auf. Und zwar deutlich schneller, als das im eigentlichen Spiel der Fall ist. Mei, die Güte, wie ich daneben geschossen habe. Das gibt's ja gar nicht. Und da habe ich ihn markiert. Seht ihr das? Ich wollte einfach, dass meine Buddies die Chance haben zu wissen, wo er ist, auch wenn ich selber jetzt nicht mehr auf ihn schießen konnte, weil er einfach nicht sichtbar war. Da habe ich einfach auf die Kisten geschossen. Ich habe nämlich gesehen, dass hinter den Kisten einer ist. Ähm, er hat mich nicht mehr gesehen, weil ich hinter den Kisten war. Aber ich habe mir gedacht, ich spendiere mal noch ein paar Kugeln einfach auf die Kisten. Vielleicht ist er noch da und ihr seht, ich habe den Frag gemacht. Bedeutet, wenn der Gegner hinter irgendeinem, in irgendeinem Gebüsch ist oder hinter einer Kiste, hinter irgendwas, wo ihr durchschießen könnt, dann rotzt einfach mal nochmal ein paar Schuss drauf, sicherheitshalber, insbesondere wenn ihr euch ohnehin schon gesehen habt, der Gegner. Weil er weiß, wo ihr seid. Und ihr könntet den Frag machen, wenn er ohnehin schon relativ viel Schaden bekommen hat. Dann einfach noch ein bisschen auf den Push oder die Kiste rotzen. Und dann fällt er vielleicht um. Das sind meistens auch noch so Abstauber-Kills, die man dann machen kann. Sieht alles ein bisschen hektisch aus. Ich spiele mit relativ, ähm, also ich, ja, spiele mit einer relativ leichten Maus. Das bedeutet, ich kann sehr schnell mich drehen. Ähm, deswegen sieht es vielleicht manchmal auch ein bisschen hektisch aus, wenn ich mich so umschaue. Aber das müsst ihr machen. Ihr braucht Hand-Augen-Koordination, das ist ganz wichtig in dem Game. Und deswegen nehmt eine Maus-Sensitivity, mit der ihr zurechtkommt, ähm, Vertical-Sensitivity-Multiplier, damit ihr den Rückstoß ausgleichen könnt von der, von den Waffen. Und dann seid ihr eigentlich schon ganz gut ausgerüstet. Bleibt immer hinter der Deckung, immer hinter der Deckung. Wenn ihr den Gegner seht, dann mit diesen Piken arbeiten. Das ist wirklich praktisch. Immer Piken. Nicht, nicht einfach mit dem ganzen Körper um die Ecke rum. Ja, vielleicht gewinnt unser Team sogar dieses Match. Uh, der war zu nah. Und der hatte ne Farmers. Uh. Und der hatte Tier 5. Ne, Tier 4. Ich hab Tier 2 nur zum Vergleichen. Bisher, äh, Spielstunden 1300. Und das ist wirklich wenig. Also 1300 Spielstunden sind verhältnismäßig wenig. Ich denk mal, wenn jemand das Spiel seit sieben Jahren... Ich spiele das Spiel seit anderthalb Jahren. Ähm, es gibt Leute, die spielen das Spiel seit sieben Jahren und haben 20, 30, 40.000 Stunden. Äh, da werd ich niemals hinkommen. Das will ich auch gar nicht, weil das, äh... Ja. Das muss man dann... Da muss man dann Vollzeit PUBG spielen, wenn man sowas machen will. Das ist mir noch nicht wert. Ja, genau. Ich bin Dritter geworden. Es sind noch zwei, ähm... Waren noch zwei besser. Aber generell kann man sich so schon ganz gut durch das Spiel durchlavieren. Wir schauen nochmal. Hier seht ihr das, ne? Alle, es sind alle Anbauteile für die Waffen verfügbar. Ihr könnt also wild rum experimentieren. Ihr könnt während des Spiels die Waffe nicht wechseln. Also während ihr, ähm, aktiv seid. Aber im Kartenmenü könnt ihr die Waffe wechseln, wenn ihr gestorben seid. Also ihr geht ins Kartenmenü, wählt die Waffe aus, die ihr gerne haben möchtet. Äh, und wenn ihr sterbt, kriegt ihr dann beim Respawn die Waffe, die ihr vorher ausgewählt hattet. Und ihr könnt auch, wenn ihr die Anbauteile dann verändert bei der Waffe, dann werden die auch, wenn ihr respawnt, direkt wieder, äh, werden wieder direkt die Anbauteile, die ihr beim letzten Mal ausgewählt hattet, wieder an die Waffe drangebaut. Ähm, das bedeutet, ihr müsst jede Waffe nur einmal so konfigurieren, wie ihr es gerne hättet. Und dann kriegt ihr die immer wieder genau so vorgesetzt. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Methode. Dann könnt ihr, wie gesagt, sehr viel rum experimentieren in so einem Match mit den Waffen. Ihr seht's. Ich sneake immer am Rand der Karte rum. Ich will mich nicht da in das Gemetzel in die Mitte rein stürzen. Das ist mir immer so gefährlich. Beziehungsweise Vermeide ich so, dass ich Überverhältnismäßig oft sterbe. Man kriegt auch irgendwann so ein Gefühl dafür, ähm, Nice, der Kill war nicht schlecht. Im Dauerfeuer mit der Barrel. Nicht schlecht. Das ist noch einer, den krieg ich aber nicht, weil der hat echt gute Deckung da hinten. Ich hab ihn markiert, hab das gesehen. Immer machen. Weil wenn einer von hinten kommt von euren Freunden, kann er den einfach schön wegschnetzeln. Diese Totenköpfe bedeuten, da ist einer von euren Buddies gestorben. Ähm, dann rentiert sich's da mal ein Auge drauf zu werfen, weil da irgendein, die sterben ja meistens nicht eines natürlichen Todes. Ähm, das bedeutet, die hat irgendeiner gekillt und dann ist es immer schön zu wissen, wo die Todesursache sich gerade befindet, damit ihr dagegen was unternehmen könnt. Und dann bist du nie... uuhh... Puh, sowas ist schwer. Aber da muss ich auch sagen, der trifft richtig gut. Da wäre es auch mal rentabel nachzuschauen, ob der nicht vielleicht irgendwas anhat. Der hat natürlich auch ein recht hohes Level, das muss man auch sagen. Aber es sind schon durchaus auch Cheater in den Arcade-Matches drin. Das kommt nicht selten vor. Deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn er ein Match verliert. Weil, ja, wenn ein Cheater im Server ist, dann wird der natürlich mehr Kills machen. Aber dass es bei den Arcades um nichts geht, ist es eigentlich egal, ob er das Spiel gewinnt oder verliert. Es geht nur darum, wie viele Kills ihr macht. Und wenn jemand wirklich absolut crazy spielt, dann könnt ihr den einfach reporten. Wenn ihr gestorben seid, klickt er auf den Report-Button. Und dann reportet ihr die Dudes, die 26 Kills haben und drei Deaths. Das rentiert sich immer so, jemanden zu reporten. Weil so gut... Also das Risiko nehme ich dann einfach in Kauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade den besten PUBG-Spieler der Welt im Server habe, sind deutlich geringer, als die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Cheater im Server habe. Und wenn es dann den besten PUBG-Spieler der Welt trifft und ich den reportet habe versehentlich, dann ist es mir auch egal. Dann wird er nicht gebannt von PUBG. Aber einen Cheater, wenn ich reporte, dann ist es natürlich besser für alle. Und deswegen, wenn ihr in einem Server jemanden habt, der zum Beispiel der Typ jetzt Sleeper X35, naja, 13, ist schon extrem gut, müsste man mal schauen, ob da irgendwas shady ist. Das kann man dann später sicher auch nochmal in den Statistiken anschauen. So, dann schauen wir mal. Es kann tatsächlich sein, dass man, wenn man ein neues Spiel startet, direkt startet und direkt gewonnen hat. Hier seht ihr das. Das Matchmaking ist manchmal sonderbar. Und da landet man dann echt in einem Server und ist gleich, und das Match ist gleich vorbei. Aber wie gesagt, es geht in den Arcades um nichts. Es zählen nur Kills. Und dementsprechend ist es eigentlich auch egal, wann ihr der Session beitretet. Boah, das ganze Magazin drauf. Da war einer. Die Map mag ich nicht besonders. Sie ist relativ kleinverschachtelnd. Man sieht die Gegner nicht. Was ganz gut ist, erster Stock oder auch hier aus dem Fenster raus, ist eigentlich eine ganz gute Sache. Anscheinend habe ich den Typen echt getroffen. Ja, doch. Eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich einen Assist bekommen, weil irgendjemand den dann gefinisht hat. In die Häuser rein ist immer ganz gut. Ab und zu mal aus dem Fenster. Bleibt nie zu lange an einem Fenster stehen. Das macht euch zum ultimativen Opfer. Wie gesagt, die Map ist jetzt ganz neu. Das ist, glaube ich, irgendwo in Rondo. Es kann auch sein, mittlerweile sind die Deathmatch-Karten nicht mehr tatsächlich in irgendwelchen echten PUBG-Maps, sondern es gibt auch teilweise Arcade-Maps, die wirklich nur für Arcade gebaut sind. Bin ich sicher, ob es diesen Teil, das sieht nur nach Rondo aus, bin aber nicht sicher, ob es den tatsächlich in der Map Rondo selbst gibt oder ob das wirklich nur ein reines, eine reine Arcade-Map ist. Das Haus hat es mir angetan. Das ist ganz cool. Du kannst nämlich hier raus aus dem Fenster und dann gleich Klimmzug rüber und oben auf dem Dach ist eigentlich immer eine ganz gute Sache hier. Vorsichtig. Geht nicht über die, seht ihr, die Schüsse kommen schon an. Geht nicht über die Kante. Ich kriege ständig Assists. Also ihr müsst auch nicht immer treffen. Wichtig ist nur, dass ihr, wenn ihr einen Gegner Schaden gemacht habt, dass ihr überlebt. Also ihr müsst länger leben als derjenige, dem ihr Schaden gemacht habt, dann kriegt ihr einen Assist. Wenn ihr Schaden macht und sofort sterbt, dann kriegt ihr keinen Assist. Schaut, dass immer Deckung hinter euch ist. Ganz wichtig. Deckung muss immer hinter euch sein. Da habt ihr den Muzzle Flash, wie heißt es? Mündungsfeuer gesehen. Mündungsfeuer kann die Gegner wirklich auch unglaublich gut verraten. Assist da drüben. Ich kriege die jedes Mal Assist da drüben. Aber jetzt nur noch elf Schuss. Problem, wie kriegt ihr neue Munition im Arcade? Sucht einfach irgendwo so eine Box, die am Boden liegt. Die liegen meistens in rauen Mengen da. Das Überleben ist nicht so einfach. Genau. Da hängt einer auch nicht schlecht. Und holt euch da die Waffe raus, die da drin ist. Da ist zum Beispiel eine Org drin. Nehmt die Org, zieht sie auf den Slot, wo vorher eure primäre Waffe ist, dann habt ihr nicht den Stress, dass ihr nochmal alle Anbauteile dran schrauben müsst, sondern einfach auf den selben Slot, insbesondere wenn es ein Assault Rifle ist. Der Typ hat mich jetzt getaggt und zack, war ich weg. Schlechter Zeitpunkt zum Nachladen. Aber wie gesagt, wenn ihr keine Munition mehr habt, meistens sterbt er, bevor das eintritt und dann respawnt er mit neuer Munition. Aber wenn ihr, wie gesagt, überhaupt keine Munition mehr haben solltet, dann schaut mal nach den Boxen am Boden. Ich habe nur vier Assists und dann nur einen Kill. Also, so macht wir es und im nächsten Video schauen wir uns mal wie Candy an. Aber das kommt dann in einem weiteren Video. Falls euch sowas Spaß macht, falls ihr mir gerne zuschaut beim Zocken, falls ihr auch gerne ein bisschen was über PUBG lernt oder auch falls ihr Fragen habt, like, subscribe und vor allem schreibt mir in die Kommentare, über was ich mal Video machen soll. Dann mache ich das gerne. Und jetzt, Ende Gelände, danke fürs Zuschauen, macht's gut, ciao, ciao. . Untertitelung des ZDF, 2020